Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Niffelheim. So, dann wollen wir mal wieder ein bisschen rumniffeln. Ist ja immer noch Early Access. Kann sich also immer noch was ändern. Falls ihr euch noch dran erinnert, in den ersten Folgen, da war es ja... In der ersten, war das so viel blöd. Wenn man da in irgendeinen Raum gegangen ist, dann kann es immer noch sein, dass halt... Ja, das da steht noch in Bearbeitung oder so. So, dann wollen wir uns mal nach unten graben. So, ich glaube, da können wir auch schon reingehen, oder? Genau, an einigen Stellen kann man nämlich nach unten noch graben. So weit werden wir da ja nicht kommen. Überdopp. Das sah eben im Dunkeln so aus, als wenn das doch schon zu Ende ist. So, so ein großer Brocken. So, das können wir aufsammeln, sonst... Na, der große Brocken ist nur Deko. Gut, gut zu wissen. Man muss ja auch immer damit rechnen, dass wir hier mal irgendwo auf Feinde stoßen, oder so. Man weiß es ja nie. So, so wie es aussieht, ist aber gleich zu Ende. Können wir nicht weiter graben. Wie diese großen Steine sind. Neue Meisterschaftsstufe erreicht. Bergmann, Stufe 2. Moment, das nix ist. So, hier können wir uns auch noch unten graben. Das lasse ich jetzt aber nochmal hier, glaube ich auch. Oh, ich glaube... Ich glaube, ich muss ihm mal irgendwas zu essen geben. Was haben wir denn da? Zapfen? Kann man nicht jetzt mal, oder? Die können wir essen. Aber auch immer irgendwas zu essen. Ich hab's auch ganz vergessen, muss ich ehrlich sagen. Ich hab das voll versäumt, ihm irgendwie mal was zu essen zu geben. Ah, okay, Mensch. Ja, ich würd sagen, da müssen wir auch mal, ähm... Hauen wir mal ab hier und ich muss sehen, dass ich da mal ein paar Bären pflück oder irgend sowas. Ja, so weit hab ich... Ähm, wo geht's denn nach oben? Es geht doch hier irgendwo nach oben. So weit hab ich auch noch gar nicht mal gespielt, dass er mir so abgesackt ist und, äh, durch die Gegend schleicht. Das hab ich jetzt das erste Mal erlebt. So, wir müssen jetzt ganz dringend nach oben. Und da geht's nur nach unten. Ich muss nach oben kommen, Mensch. Oh, nur noch 16.500. Hier muss doch irgendwo so'n blöder Aufkommen sein. So, jetzt müssen wir, ähm, kommen wir hier nach oben. Ach, jetzt schneit es auch noch. Hoffentlich finden wir noch was zu essen. Oh, find ich jetzt hier Bären im Winter? Ich wusste es nicht. Oh, das ist schon ganz schön. Hier sterbt der mir ja womöglich noch. Oh, ne, lauf mir nicht mal mehr Tiere rum. Dann haben die sich alle verkrochen. Das war jetzt echt doof. Ich find ich hier überhaupt nichts mehr zu essen. Keine Tiere, keine Bären, kein, gar nichts. Nur irgend so'n blödes Gras hier, oder? Erhalten einmal Stroh, das würde ich mir nicht essen können. Ah, Mist. Ah, Bären, Bären, Bären. Was? Eben waren nur noch Bären dran. Sind die auch verreckt hier, oder was? Oder hat er die schon automatisch gesammelt? Oder hat er die schon automatisch gesammelt? Das glaub ich doch was nicht. Ich denk mal, ob er jetzt Winter ist. Ich hab aber nichts. Ich hoffe, dass da irgendwas reingeht. Das ist echt übel. Oha, Priester des Todes. Ja, ich würd sagen, natürlich eindeutig die falsche Jahreszeit. Auch witzig mit dem Gesicht hier oben im Baum drin. Inhalgen, kömmelnde Pilze. So, komm, die kann ich doch bestimmt essen. Die auch. So, gibt's hier noch irgendwas? Erzen? Cool. Ich brauch ganz dringend was zu essen. Oh, shit. Da ist ein Wolf. So brauch ich, ähm... Wenn der abhaut, dann lassen wir das mal. Jetzt greift er aber an. Jetzt müssen wir... Okay, ich hab ein Wolf. Kann ich aber leider nicht wissen. Das ist gut. So, hab ich jetzt irgendwas schönes hier. Löwenzahn. So, hab ich... Oh, acht. Das gibt acht. Das kann ich essen. Dann... Find's hier eher nicht, ne? Okay. Ups. Hier geht's aber immer noch nicht so gut. Ich muss noch mehr finden. So, hoffentlich finde ich noch was. So, da gibt's noch mehr Honig. So, komm hier. Achso, ich muss das ja... Ähm... Ach, das ist aber doof, dass das Viech immer wegloopt. Ah, da ist ja im Bau verschwunden. Ach, das ist aber jetzt doof. Schade, dass du auch mit dem Bogen so weit ran musst. Das ist irgendwie du. Ach, ich hab keine Pfeile mehr. So, da kann ich Honig kriegen. Und dann? Okay. Okay. So. 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 So, da habe ich allerhand erhalten. So, eine rote Rüge. Eine rote Rüge. Ah, die sind zu schnell, die kriege ich ohne Pfeil leider nicht. Aber da ist noch was da drauf. Oh, jetzt kann man ja immer gebrauchen. Und da kann ich nicht weiter lang laufen. Gut zu wissen. Oh, das machen wir jetzt. Tja, leider kann ich immer noch nicht weiter eigentlich schnell laufen. Kann ich das essen? Ja. So, da ist nochmal Honig. Jetzt kann er wenigstens mal wieder ein bisschen schneller laufen. Aber es geht ja gleich leider wieder abwärts. Leider gibt es hier ja kein Fleisch von. Dann kriege ich ja wieder nur einen Fill oder so. Oh, er schwächelt schon wieder. Ja. Deine Arme. Deine Arme. Die Arme. Seine Arme. Oh, das ist gut. Ja, wird er den Kampf überleben, weil er nicht den Kampf gegen gekämpft hat. Tja, die Wölfe suchen auch nach Nahrung. Der hat wohl keine Chance gegen uns. Ich geh mal lieber auf die Suche nach Nahrung, anstatt hier Steine zu packen. Tja, dann weiß ich das nächste Mal gescheit. Dann muss ich wirklich frühzeitiger mich um Nahrung kümmern, dass ich immer genug im Inventar habe. So, kann ich hier schon irgendwas bauen? Ne, natürlich fehlen mir noch Bretter. Oh, ich kann bauen. Jetzt fehlt mir aber wieder Material. So, da fehlen mir auch Bretter und Seil. Da gibt's aber nochmal Nahrung. Da können wir nochmal zuschlagen. Ähm, trockene Samen. Toll. Ich hab da hier vielleicht noch irgendwo was hingepackt. Nichts, gar nichts. Das muss auch jeden Schädel und Dreck aufsammeln. Ich bin Frösche und sonst was, aber... Ach du Scheiße. Na, da hab ich ja wohl keine Chance. Ich muss dann aber auch so viele auf einmal kommen lassen. Aha, aha. Toll. Ach so, ich bin ein Geist. Stimmt, ja. Muss zu meinem Körper zurück. Glaublich. Das ist natürlich jetzt... Oh, ich hab wieder 100 voll. Alles klar, alles... Alles voll, alles aufgefüllt. Dann kann ich ja hier die Platten machen. Die blöden... Knochenmänner. Stirb. Du auch. Mann, ich hab das so mühsam alles aufgebaut. Gesammelt und was weiß ich was. Und, äh, ihr kommt und macht alles. Gott, okay. Da bin ich echt... Da bin ich jetzt echt sauer. Oh, hab ich über Glück gehabt. Da hab ich ja nochmal Glück gehabt. Toll, da kann ich alles wieder aufbauen. So, Pfeile. Da legen wir noch ein paar Pfeile rum. Ich glaube, ich geh erstmal nach unten. Ich hab die Nase voll. So, hiermit verabschiede ich mich erstmal wieder von euch. Ich glaub, die Folge ist auch schon lange genug. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust habt, ja vielleicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja da bin ich. Ich bin es. Ich bin es. Vielen Dank.